Anstrengend. Oh, ich habe noch eine Überraschung für unseren Ehrengast. Das hier wird der große Höhepunkt von Vanessa Smarty, der größte Ballar der Welt. Jetzt brauchen wir nur noch jemanden, der die Rakete aus der Mille dabei beobachtet, wie sie in den Himmel startet und explodiert. Also, jetzt kommt der unangenehme Teil. Tja, der unangenehme Teil für dich, nicht für mich. Ich frag mich, was für einen neuen Look hier Bobby diesmal verpassen wird. Weißt du, er war in meiner Lieblingsband Love Handle. Love Handle? Er mag es nicht, darüber zu reden. Also, ich spreche ihn auf keinen Fall darauf an. Ey, ich muss da rangehen. Und, wie läuft's? Danny ist dabei. Jetzt kommt Bobby Fabulous dran. Falls sie ihn nicht überreden können hat, hat sich noch was überlegt. Warte, Bobby Fabulous ist auch Moms Friseur. Sag mal, wo seid ihr gerade? Wir betreten in diesem Moment seinen Laden. Die Doofköpfe. Mom wird euch wehren und weiß sofort Bescheid. Du musst Mama blicken, wir reden mit Bobby. Tja, Mom, vielleicht macht mir die schon mal für Bobby vor. Was machst du denn? Äh, wir fangen an den Haare waschen an. Hey, Andy, beeint euch, beeint euch! Haben wir einen Termin bei uns? Äh, nein, wir wollen nur zu Bobby. Sie wissen schon...